Was geht ab und Hallo Was geht ab Herzlich willkommen bei Castle Crasherz So schau es auch So und ich habe mir mal eine Waffe gegönnt Ich habe keine Ahnung mehr wie das geht Oh Mein Dino Mit der Maus auf jeden Fall Aua Aua Ja holy shit Von den Eingriffs von down Ja das ist jetzt auch kein Problem Du und dein Dino ne Ja mein Dino Ich leuchte Ja da war ein Rubin Ja den hast du jetzt verpasst mit deinem scheiß Dino Nein He he Einer zurück Aua Alter der macht der Damage Alter what the fuck Ja das hast du davon Nein Dino Meins Aua jetzt bin ich runter gefallen Aua Was machen die denn Du kannst es einfach nicht Du hast es einfach nicht Ja ja aber selber fällt es auch runter weißt du Ja ich habe es halt drauf Weißt du Oh da war ein Apfel Oh mein Gott Oh mein Gott ein so ein verwixter Oh Entschuldigung ein so ein unschöner Pfeil Ja Spiel ist ok Ist ok Alter was hier los ist Oh jetzt bin ich rausgetappt Ja Ups Alter Das mit dem verrückten Modus war glaube ich eine gute Idee Wenn ich schon an die Bosskämpfe denke Ja dann Der letzte Bosskampf alter da da hast du schon Spaß ich weiß nicht mich jetzt gehe ich hallo ja voll überraschend die da wäre ich benutze einfach keine magie weil magie kacke ist magie 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 ist voll kacke weißt du ja schön schön werbung schön werbung herrlich ganz gut oh mein gott alter da hört ja der hund in der pfanne verrückt alter wie die mir für auf den sack gehen alter what the fuck so könnten wir dann gehen aufgeräumt ja diese bogendinger die gehen wo ich hab den dino ich habe ich den bekommen wir machen den haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben mein gott werden wir niemals hinkriegen nö aber ich bin die nur wieder alter ist wieder ausgeteppt das machst du denn ja ich habe das bild im fenster modus wegen uf 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 namen verstehst du also windows hast du drücken weiter ich weiß nicht mehr wo ich bin ich komme damit immer voll durcheinander rechts rechts oh 28 ich habe ja nur 5 level mehr als du ist zufrieden ja weil ich jetzt mit dem anderen account spiele das ist alles deswegen musst du keine hoffnung machen das ist alles mein geld also mir ist es egal ich meine wir können auch 5 minuten hier stehen bleiben das ist ok das ist ok schnauze mit deinem scheiß dino da jetzt hast du ihn eh verloren ha du hast ihn verloren doch oh da muss er gleich dran sterben oh hier nicht auch jemand hallo 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 warum traf ich du kannst noch ja mit feuer macht das doch noch spaß mit feuer macht das ich mach mir gleich Alter wie köpfst du die denn was machst du da mit einer menge von der sie mit einer menge von der sie du bräuchtest mal ähm nimm mal deine heilpotion die aktiviert sich doch automatisch ne guck mal hier hab ich gar keine mehr what the fuck doch jetzt abkratzen 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 ist der bush interaktiv nein ist der bush interaktiv hehehe what the fuck oh my god natu schnitt vorhaben natu war nur scheiß drin übrigens hehehe ich weiß machen wir sie fertig wie kann man denn in der luft bleiben nochmal ja indem du einfach dauerhaft schlägst nein das funktioniert nicht mehr das funktioniert nicht mehr das spiel ist kaputt hehehe truhe du musst auch mal nimmst oh mein gott hadouken hadouken hör mich hör mich hör nimm doch mal dein ace oh mein gott ich komm hier nicht mal mehr raus warte ich kann ja hier angucken muss aber ja das ist echt schwierig momentan vor allem mit diesem scheiß oben kämpfer was ist das denn alter ich bin tot ohne spaß oh mein gott das ist nicht dein ernst alter das ist aber auch schwierig jetzt ohne spaß ich werd das niemals scha- oh doch könnte ich scha- könnte ich scha- ja vielleicht so ja ich hoffe ich schaff es weil ich keinen bock hab das ganze von vorne zu machen nicht schon wieder alter nein alter es ist doch nicht dein ernst bist du schlecht hehehe oh du hast auch schon ordentlich stärke und def ey das kann man schon mal so sagen was level ich das geschwindigkeit umbogen füchen alter der verrückte modus ist wirklich nur für experten wir sind experten wir sind wir sind experten warte mal statistiken mach ich das halt oh ok was für ne kirche links da ja ja soll ich enter drücken das müssen wir sowieso nochmal machen oh nein hehehe Alter das ist so mies ich hab doch gesagt ne hehehe soll ich da reingehen ja ich hab doch gesagt ne hehehe alter entscheide dich hehehe aber hier sind keine Bogenschützen ja die Bogenschützen machen es echt aus ja Zauberer werden aber ich glaube ähm ich glaube nur echt nur in dem Wald sind so viele Bogenschützen und die Bogenschützen machen einem ja das so schwierig nein wie kommst du da doch weil sie scheiße sind hehehe stirb doch oh da ist noch mein Feuer aber was hast du da eigentlich keine ahnung die richten mich mal Schaden an hehehe Hühnchen verdammt da da hä wie kauf ich das denn noch hehehe einfach drücken achso ja hehehe bin ich das oder bist du ja geh weg geh weg geh weg kauf mir kauf mir Sachen kauf mir Sachen kauf mir Sachen ja weg da hallo Freund was kann ich für dich nein ich möchte doch nicht warte wir müssen da hin nochmal oh eh yay brambambambam brambambambam brambambambambam den sorry Hund aber du hast ausgedient was ist das ihr Passwort gehalt Du bist eiskalt. Was? Du willst da nicht ehrlich hin. Nein, jetzt nicht mehr. Ah, danke. Da brauchen wir nicht eh. Ich weiß. Ich weiß. Help. Wenigstens starten wir hier. Was mache ich denn? Ich habe gerade gedacht, ich bin der Blaue. Ich auch. Du bist auch der Blaue. Nein, ich habe gedacht, ich bin der Gelbe. Wenn du weißt, was ich meine. Vielleicht sollten wir mal tauschen. Nee. Ich weiß. Orange ist halt besser. Da sagt man schon gar nichts mehr zu, weißt du? Nee, das ist... Nee. Nee, da war der uninteraktive Busch. Der uninteraktive Busch. Der uninteraktive Busch. Ah, da. Mein Gott, soll ich jetzt auch mal mit Pfeilen im Bogen schießen? Hier. Was bringt das? Meine Güte. Ja, die machen damit auch ordentlich Schaden. Ich mache damit einen neuen Schaden. Die sind halt die Skiller, Alter. Ja. Die sind halt richtig Gs. Oh mein Gott, die ziehen uns ab. Das sind nur Bots. Bots im Hardcore-Modus. Verpiss dich. Alter. Oder wir sind einfach wirklich zu schlecht für dieses Spiel. Das kann natürlich auch... Krallt er sich erstmal die Frucht. Und hier kommen schon wieder die Nächsten. Das kann doch... Und wenn du jetzt... Was soll das denn sein? Nein! Ah! Ja, noch kann ich nicht abkratzen. Noch habe ich genug Helds. Ja, sagst du jetzt noch. Jetzt... Ja, sagst du jetzt noch. Ja, komm, noch viel... Alter, spring doch, wenn ich die Springtaste drücke. Oh, Alter. Kannst du mal bitte mehr machen? Ich nehme mir drei auf einmal und du machst... Ja, hab ich doch. Lappischen ein, Alter. Ja. Weißt du, du... Du hast es halt verdraut, ich meine. Boah, wie mir der Aufensack geht's. Wer dem Penny nicht wehrt, ist die nicht wehrt. Okay, da waren wir vorher noch nicht. Doch, gewann. Einmal waren wir da. Ist trotzdem noch lustig. Anstatt wir einfach weitergehen, weißt du? Ausgetappt. Verdammte Scheiße. Ich spamme ja die ganze Zeit Rechtsklick. Aber du kannst ja noch nicht mal aufsch... Uffsch, 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 uffschillen kannst du noch nicht mal hier. Weißt du schon? Uffschillen. Stehst du? Ich glaube, das ist mein Schwert, Alter. Das geht richtig ab. Ja, jetzt gehst du auch mal ein bisschen ab. Das ja... Aber... Na, wollte ich nicht sagen. Dir wird auch... Ich werde jetzt der Health abgezogen, einfach. Da brennen mir doch die Schuhersenkel, Alter. Kommt halt hier... Alter, wenn ich jetzt auch einmal raus tabbe. Na! Ah, schnapp dir die Coins, Alter. Ich schnapp dir da eine Coins. Oh Gott. Ey, guck mal. Die können doch nicht so viel Health haben. Doch, das sind Bush-Männer, Alter. Die haben am meisten. Ach so. Die kommen aus dem tiefen Orient. Aus dem tiefen Orient kommen die. Boah, die haben aber wenigstens keine Bögen, Alter. Da lässt sich es wenigstens schön kämpfen. Ah ja. Mein Gott, da wollte ich mir mal gerade die Nase katzen. Und dann kommt auch schon wieder die kleine... Der Racker kommt, der da. Leute, der hängt fest. Mann, ich will immer noch dieses Kiefe drin haben. Hier steht doch 07.11 L, oder nicht? Ja. Ein geheimer Botschaft der Aliens. Ein geheimer Botschaft. Verstehst du mich? Ein geheimer Botschaft. Auf YouTube an. Wie ich dieses schöne Haus hier kriege. Wie viel hatten die Waffe eigentlich? Plus 5 Verteidigung. Na ja gut, das geht. Was interessiert, geht gar nicht. Oh. Hab ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Hab ich schon 5000 Mal gesehen. Ja, das war... Er hat gekackt. Geld, Geld. Hättest du mir das jetzt geklaut. Nein, nein. Hätte ich dir aber in den Appen rasiert. Nein. Nein. Aha. Die Scheißbögen. Ach, da sind die wieder. Da sind die Racker. Verpiss du mich. In die Ecke. Alter, ich vergewaltige gerade meine Leertaste. Ohne Spaß. Ja. Jetzt haben wir sie in die Ecke gedrängt. Was war das? Loll. Loll. Achso, die sind da hoch. Warte, kam mal hoch? Da sind wir von runter. Oh. Nein. Loll. Okay. Ey, 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 ey. Wer den Penny nicht ehrt, ist die nicht wert. Mein Gott. Habe ich das eben schon mal gesagt? Nein. Och. Nein. Och, du kannst gerne zurückspuren, mein Gott. Mach ich. Halleluja. Mein Geld. Ey, er läuft weg. Er läuft weg. Du stirbst aber, weil ich dich hasse. Abgrund tief. Warte. Yeah. Total epische Musik. Boah. Oh, ja, tatsächlich. Hühnchen. Nein. Ah. 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 Hühnchen. Ah. Komm schon. Jetzt geht rauf einfach. Am besten du schlägst dich hoch und dann... Ja, genau so. Genau so. Einfach drauf. Wer macht jetzt... Wer macht jetzt nicht genug Damage hier, hä? Ich weiß ehrlich nicht, wo ich bin. Ich auch nicht, aber ich mach's einfach. Und ich krieg irgendwie HP dazu und verliere es dann dauernd. Alter, 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 alter. Alter, 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 alter. Das müssen wir doch hier packen. Alter. Guck dir mal die XP an. Holy shit. Oh mein Gott. What the fuck? Oh mein Gott. Ich level gerade ziemlich scheiße schnell. Ja. Es ist auch ein bisschen krass gerade. Nein. Ich kann doch nicht einfach so weggehen. Rausgetappt. Alter. Holy Macaroni. Aua, aua, aua. Alter. Das ist gerade ein bisschen krass. Ach Quatsch, das ist Alltag. Oh mein Gott, Alter. Ja, jetzt haut nicht... Alter, what the fuck? Gibt es hier keine Bomben oder sowas? Doch, die gibt es tatsächlich. Echt? Ja. Hey, du hast level 25. Level 25? LOL. Holy shit. Massen spam. Ey. Ich dachte, wir haben gerade nur die kleinen. Ja. Spots? Nö, nö. Ich muss doch gerade sagen. Alter, alter, alter. Warum haben wir noch gleich? Ja. Alter. Boah. Das ist gerade aufregend, Junge. Ah. Du hast gerade daneben gehauen, irgendwie. Ja, das ist mir egal. Ich hau schon 10.000 Mal daneben. Jetzt habe ich wieder daneben geklickt. Mann. Muss echt eine andere Lösung finden. Aber du siehst ja mal, wie hart die Boss auf einmal sind. Oh mein Gott. Ich habe nur noch einen. Aber wir sind auch... Es ist auch gleich vorbei. Wo bin ich denn? Da. Ich brenne auch. Ein bisschen. Alter. Okay, jetzt ist es doch schon schwierig, wenn er so rumläuft. Ja. Boah. Alter. Holy shit. Warum? Wir haben ihn auch gleich. Ja. Gleich. Ist gut. Jetzt. Boah. Bleib stehen. Sinn. Hilf. Ja, der brennt doch die ganze Zeit, weil er die ganze Zeit durchs Feuer läuft. Ja, das ist doch gut. Jetzt. Alter, 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 alter. Ja. Fuck. Du warst eben noch 26, Alter. Jetzt bist du 30. Mal sehen. Gut, ich war eben auch noch 22. Bin auch schon 25. Komm. Komm. Geben Tag. Alter. Das ist geil. Ja. Geht, geht, geht. Wah. Und eine Birne. Oh. Äh. Oh nein. 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 Das werde ich wieder verkacken. Du musst einfach. Du siehst es doch. Das ist. Du darfst es jetzt nicht verkacken, Alter. Ich töte dich. Sowas von. Obwohl, ich glaube, wir starten dann eh von hier immer wieder. Wir müssen ein bisschen zurück, ne? So ungefähr, ja. Ja. Äh. Ich seh' nicht. Ja, dann hast du das Springen. Muss man nur springen? Ja, man muss auch ausweichen. Da kommen auch noch Türen und sowas. Wo ist das? Boah, das ist aber... Verdammt knapp. Der Wagen. Oh mein Gott. Ja, perfekt. Alter. Wie lang geht denn das? Das geht noch ein Stück. Perfekt. Ne, 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 ne. Die variieren aus, siehste. Oh mein Gott. Ich springe einfach, obwohl er nicht springt. Oh. Ah, fuck. Egal. Das habe ich jetzt auch verpasst. Das war gut. Verwicht. Hammer, nice. Runter. Oh, springen und... Aha. Boah, wer... Ich erinnere mich, wie lang... Ich erinnere mich, wie lang wir beim ersten Mal dafür gebraucht haben. Das ist irgendwie richtig schwierig, weil ich immer diese Krallen davon sehe und dann kann man sich nicht orientieren, finde ich. Ja. Weil seine Hände... Runter. Äh, mittig. Ja, mittig. Ja. Springen. Hüfen. Hüfen. Mittig. Oben. Unten. Aha. Alter. Fuck. Springen. Springen. Wie lang geht denn das? So lang ist niemals eine Scheune. Doch. Diese Scheune schon. Das ist die... Oh, jetzt. Boah, jetzt musst du gleich nochmal springen, das wäre so mies. Oh, er wollte mit uns kuseln. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Nimm dir den Dino. Nimm dir den Dino. Dino. Juhu. Da. Dino für mich. Dino für mich. Da. Dino für mich. Aua. Dino. Aua. Nein. Oh, Federmäuse. Oh, die sind One-Hit. Tatsächlich. Die sind Two-Hit. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Der geht doch gleich unter. Alter, wie hart sind denn die Viecher hier? Die waren früher mit zwei Schlägen down. Down. Äh, würdest du bitte mal mitmachen? Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Einfach draufhauen. Wie immer. Oh, ich bin im Fisch da. Der ist cool. Der war cool. Wo bin ich hin? Ja. Ich bin tot. Alter. Wie. Digger ist das heftig. Aber wir haben mit. X. Wann muss ich drücken? Ich weiß nicht, was X ist. Mit einer Maustaste. Aber wir haben Gott sei Dank schon mal einen Checkpoint. Das heißt, wir starten auf jeden Fall hier wieder. Nein, nein, nein. Er wird mich fassen. Er wird mich fassen. Er wird mich fassen. Er wird mich fassen. Oh nein. Ja. Boah. Okay. Ist das heftig, ey. Warum macht der denn so verdammt viel? Ja. Ja. Nein, einfach ist es. Das war ein Dino-Hai. Der ist weg. Nein, ist er natürlich nicht. Jetzt. Alter. Ich glaube, da kommen drei oder drei Stück von oder sowas. Das war doch schon ein bisschen. Vorsicht, Haie. Haie, verliert der Mäuse. Auf dem Wasser, keine Ahnung warum. Ja. Ja. Was? Was ist das? Oh mein Gott. Halt bitte. 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 Witty fuck. Komm schon. Ich bin tot. Nein, du musst dann ausweichen. Komm, einen hast du noch. Wimmel. Der hast du doch gleich. Ich glaube, danach kriegst du auch nochmal ein Checkpoint, wenn du das hier durch hast. Das ist schön für den Checkpoint. Ja, dann können wir direkt den Boss machen, den nächsten. Ach, der Nein habe ich. Die Meerkatze, wenn du dich erinnerst. Ja. Meine Güte. Zufrieden, Meister? So, jetzt dürfte das Schiff gleich kommen. Oder? Ja. Ne, noch einer. Oh, doch. Doch. Der Schiff. Hier blubbert was. Die Meerkatze. Warum kommst du nicht? Kann ich nicht. Bäh. Das musst du zerstören, sonst macht das das Schiff kaputt. Junge, das ist einfach übertrieben. Ich meine, ich mache ihm acht Schaden. Ja, es ist auch leicht krass. Also, der verrückte Modus ist echt, äh, verrückt. Wenigstens, das ist noch One-Hit, Alter. Achso, jetzt kann ich ja. Ja, genau, jetzt kannst du ihm gut Damage machen, eigentlich. Äh, acht. Ja, gut. Kurzzeitig 16. Alter. Alter. Ja. Alter. Ja. Ich bin ab schwarz. Na ja, der Reich freigeschaltet. Ja. Wir haben zumindest die eine Stage geschafft. Ich bin nicht gestorben. Oh, ich habe zwei Punkte frei. Ja. Oh, au. Ja, siehst du, dann können wir zum Katzenfisch direkt. Aber vorher ist es Heidränke, ne? Wie lange haben wir noch? Ja, zu lange. Wir haben schon 24 Minuten. Ja, ist doch irgendwie klar. Ja, dann machen wir noch Heidränke hier und dann alle tot. Dankeschön. Jo, was geht? Stell dir mal vor, wir haben dieses Holzschwert zur Auswahl im Hardcore-Border. 400? 400? 400? Ja. Es gibt doch den Hardcore-Shop. Warte mal. Nee, da kostet alles 3000 irgendwas. Ja gut, das macht aber gut der Mensch. Ja. Na gut, geht. Wobei, die ist cool. Und die ist... Alter. Die ist nicht geil, aber die ist cool. Ich könnte die nehmen. Für 30 Level. Okay. Was macht der? Geh mal kurz weg. Feuer. Okay. Das ist cool. Kann man sich Tala cheaten? Tala cheaten. Ich habe nichts zu sagen. Hm. Du hast ja ein echt ehrliches Gesicht. Meine Liebe ist echt, aber ich bin es nicht. Okay, das ist leicht strange hinten. Äh. Äh. Was macht der? Hä? Ah. Ah, schießt zeitweise. Okay. Ah, das ist cool. Okay. Das ist wirklich nett. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier irgendwo oben. Oh, dann warte mal, das ist ein neuer Laden. Oh, schau, 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 schau. Das ist ein neuer Laden. 14. Ah, hier gibt es die. Hier gibt es die Bomben. Die könnte man eventuell gebrauchen. Warum hole ich mir mal ein paar? Weil es 5 oder auch 6. 6? 7? 8? 9? 9? 10? Okay. Ja, dann wie gesagt, nächste Folge und so. Weißt du? Bescheid? So schaut's aus. Bis dahin. 稍piskt. amer Gang. 20? 29? 30? 航? 25? 41? ormproblem? 42? 333?